Hallo und herzlich willkommen zu Seasigners, dem nächsten Level. Ich habe es gerade eben schon mal gemacht, das Level. Ihr seht unten die Punkte und so weiter. Ich war nur natürlich so blöd und habe vergessen, meinen Ton wieder anzumachen. Deswegen darf ich jetzt das Level nochmal machen. Ähm, ja. Was soll ich sagen, es gibt wieder viele interessante Sachen hier, die man machen kann. Unter anderem da unten schauen wir erstmal. Oh, eine Rauchgranate. Okay, damit kann man natürlich schön verschwinden, wenn irgendwas passiert. So, um die zwei kümmern wir uns schon mal. Den hier setzen wir auch mal unter Brand, dass es hier mal ein bisschen Panik gibt. Und jetzt schmeißen wir den hier mal zu den... ...hain, genau. Oh, das war knapp. Aber der hat es auch verdient, oder? Also der sieht ja schon so arrogant aus. Und vorher war es auch so, dass der Hai eigentlich echt eine gute Arbeit gemacht hat. Also ich glaube, das war der, der schlussendlich die meisten bei mir umgebracht hat. Oder gefressen hat. So, den entsorgen wir hier auch. So, können wir hier irgendeinem... Was die will Liebe machen. Macke Liebe lang! Oh! Oh, hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Und? Nein, ich bin nicht Hauptverdächtiger. Aber sie haben da oben alle entdeckt. So, ich wollte eigentlich doch den einen da erwischen. Okay, gehen wir einfach mal hier wieder runter. Kriege ich den? Ne, jetzt laufen sie alle unten lang. Komm, ich will doch eigentlich... Okay, der ist Tatverdächtiger. Will sich gleich zu Nein. Werfen. Sie sind verhaftet. Oh! Toll, jetzt kommt die auch noch hier. So, das war eh immer da. Ähm. So, können wir da oben. Du stehst ja allein. So, wieso nehmen die eigentlich nicht das rote Telefon hier? Oh, Flüchte! Und die anderen Polizisten sehen es halt nicht. Will ich direkt vor ihren Augen da irgendwie jemand umbringen? Und sie sieht es halt auch nicht. Oh! Okay, das traue ich mich dann doch nicht. Jetzt müssen wir die hier mal ein bisschen verteilen. Komm, die da hinten. Oder den da hinten. Oh, komm, du stehst. Nein, jetzt geht sie weg. Jawohl, die kriegen wir doch zu Nein. Hallo? Ach, falsche Tasteste. Entschuldigung. Ähm. Okay. Die hier ist auch wieder um. Auf der Suche nach Liebe. Zack. Weißer Bikini. Das schwimmt gut. Da der Nächste. Kommen sie rein. Kommen sie her. Noch einen hierfür. Und da schon wieder zwei. So, löschst du. Na? Komm, die kriegen wir doch auch hier. Einmal. Und schön zu den Haien entsorgt. Damit sind es nur noch zehn Stück, die wir jetzt umbringen müssen. Ach, da oben hätte es auch noch eine Bowle geben. Mischt. Die habe ich komplett vergessen. Die vergiften wir auch mal. So, was ist mit Chili der Puschel? So, die tanzen. Da oben. Den kriegen wir doch sicherlich auch, oder? Komm, du läufst doch eh unten rum. Jawohl. Hier, langhaariger Franzl. Oh, bitte lass den Polizist nicht. Noch sieben Stück. Unter anderem dich. So, wen haben wir denn noch? Lalalala. Lalalala. Du bist jetzt dran. Lalalala. Und damit sind es nur noch zwei Hasen und zwei Bräute. Kann ich dich beeindrucken hier? Das gibt es auch nicht. Warte, ich habe noch eine Rauchgranate. Das heißt, ich kann ruhig auch ein bisschen auf Risiko gehen. Ach, da kommen die Mediziner. Okay, der eine Hase schaut zu mir rüber. Und geschafft. Uh. Gerade noch so. Warten Sie auf, ich komme direkt zu Ihnen hin. Das klären wir so. Und. Party. Ein bisschen unrealistisch. Ein ganz kleines bisschen. Aber wir haben es trotzdem gut geschafft. Äh. Ja. Das war die Runde. Und jetzt gibt es natürlich wieder die Zwischensequenz. Ich hoffe, die kommt jetzt auch. Und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde. Bin schon gespannt auf das nächste Level. Bis dann. Ciao, ciao. Ah, yes. I heard about the cruise liner disaster. Although I assume it wasn't the rushing water that killed those people, as the news had us believe. Sometimes it's easier to keep the people safe by shielding them from the truth. Yes, well, that's an interesting sentiment. Although I'm guessing the people on that boat may have felt a bit shortchanged. Though while we're on the topic of truth, you were about to discover a truth of your own. Am I right, Mr. West? The girl. Yes, the girl. Tell me about the girl, Mr. West. From what I understand, she'd been following him since he first began his descent to madness. Stalking him, perhaps? Label it what you want. It seems like she was a fan of his work. Wanted to study his methods, as sick as it sounds. She was always a troubled child. You seem to be well acquainted with our newly found heroine, Mr. West. And you know exactly why, you son of a bitch. It was Katie. It was my daughter. But I know her. I know her daughter. But I am a scholar in her generation. She was already a daughter. And you're sure she's been different. She's been a former, she's been to the police call for her name. And I am a survivor.